Wart geht ab ihr geisteschtchen! Willkommen zurück zu einer Folge von RECFIST! Blablabla Wir spielen heute auch irgendeinen komischen Wichser-Server mit Spasties Ja wie immer! Also alles wie immer! Wow! Alles wie immer also! Guck mal wie die Leute da schon mich hier gegenfliegen! Huiiii! Brum, brum, brum! Oh shit! Tschüss Lord Bashmore! Ich bin so langsam, mich haben die Leute gar nicht als Ziel gehabt! Oh da ist Peter! Ich versuch uns nur mal so als Letzten wegzumachen! Eul Hakin! Was soll das? Hey Bram, das sieht aber nicht gut aus! Alter! Scheiße, ich hab nicht alle Schilder mitgenommen! Warte mal, ist das hier geradeaus? Da vorne geht aber hart links, oder? Ja, will ich auch sagen! Oh, der eine! Nein! Der hat meine Kurve perfekt gebremst! Oh Gott! Oh Bram! Dafür ist der draufgegangen Peter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter, einer nach dem nächsten ist gerade ewig reingefahren, ich hab nur noch 17 Leben! Nicht gut! Bin ich nur auf der Strecke? Ja! Wieso kommt mir da einer entgegengefahren? Ich wollte auch gerade sagen, da kam eine! Aber, okay! Heiter davon ist Christian, alles klar! Die zeigen mir das aber an, wenn ich nicht mehr richtig fahre, oder? Ja! Okay! Der steht ja ganz groß in der Mitte vom Bildschirm! Oh nein! Oh! Oh! Heiter davon brauchst du noch einen neuen Reifen und die Baldwöse voll zu beschädigen! Hhhhhhhhh! Ich bin tot! Hahahaha! Oder war ja kurzer Spatenführer! Ja, allerdings! Guck mir's zu viel Höp! Alter, fett, dumm, boah, er hat voll die Sportkasse. What the fuck? Hey, was soll das? Wer hat mich mal aus meinem Sichtfeld verpisst? Die bin aus der Leitung, du Bier, ne? Wie, Bram? Welche Nummer ist Bram? Ja, 18. In 7. Ja, aber du bist trotzdem irgendwie die Nummer 18. Betsy, Pepsi ist jetzt der Bram. Bram, die Kurve hast du nicht so geil genommen, würde ich jetzt mal sagen. Easy. Oh, was? Was? Wo kam der denn her? Alter, Alxmrkwiff. Das ist halt ein Name. Einer kommt dann wieder. Hey, was soll das? Oh, Kurve perfekt genommen von mir. Wie sie alle deinen Arschloch wollen, ey. Das ist ja unfassbar. Das war ein bisschen so viel Kurve. Komm, Gas. Du wirst gut verfolgt auf jeden Fall. Jede Rekke ist nah hinter dir. Haha, easy. Oh! Oh! What, du? Okay, das haben wir voll auf Kamera drauf gemacht. Aus allen Perspektiven, die man sich vorstellen kann. Alter, ich bin auch die Kleine über diese kleinen Wegrugel da gefahren. Oh mein Gott, war das lustig. Dann war er fast Casino-Royal James Bond. Aber hallo. Du musst aber ein bisschen auf der Strecke fahren, Bram. Ich frage mich auch, wie Bram sich ständig überschlagen kann. Er fährt immer auf der Straße. Das habe ich ja nicht gesagt. Aber komm, da war jetzt so ein kleines Hückelchen, ja? Herrlich. Ich habe das Gefühl, dass mein Auto auch super lang da ist. Ja, aber super klein. Ja, das ist halt echt eine Mini-Karre. Boah, Alter. Die Kamera ist zum nächsten Winkel übergegangen, wo Bram einfach gar nicht war. Er war so weit außerhalb der Strecke. War ich vielleicht dick zu schnell, ja? Wenn der Kameramann versucht zu antizipieren, wo er rauskommt, dann war er da. Genau, dann klaucht niemand auf. Genau, so war das. Ja, irgendwie passiert hier nicht so viel. Busen. Ja, Bram sorgt auch dafür, dass bei ihm was passiert. Der Typ, der, also mir kommt auch keiner mehr entgegen. Ich glaube, der ist kaputt. Nee. Ja, ura. Nee. Komm, du kriegst dich noch kaputt, ne? Oh, ohne jemand anderen. Ja, ich bin doch immer mein größter Feier. Du stehst ja eigentlich nur selber im Weg. Ja. Ach, der ist schon ein Ziel, ja dann. Aber du bist auch auf der letzten Runde, oder? Ja. Das sah ganz cool aus, aus der Kinokamera. Ja, das war ja auch mega von mir gemacht. Ja. Warte auf, jetzt machen wir das richtig gut. Stark. Mann. Er war schon stark. War er kaputt? Ja. Oh, Mann. Er wollte geils leiden, aber ist einfach frontal gegen Beton geknallt. Verstehe ich aber auch nicht, wie man so nicht sterben kann. Also, das ist total unrealistisch. Ich dachte mir doch gerade, es ist so ganz kurz ein Video, nice. Und dann dachte ich mir so eine halbe Millisekunde vor, oh, oh. Ja, gut, okay. Bram, du bist mit deinem Boomer noch in der A-Kategorie gerade bei mir. Ja, aber jetzt war die Zeit durch. Nee, noch nicht. 20 Sekunden. Nee, 15 Sekunden hast du noch. Dann musst du mal schnell ein Auto wechseln. Nee, noch ein anderes Auto. Kann ich nicht. Wagenwählen ist ausgegraut und Upgrade ist ausgegraut. Was? Brammen. Brammen. 6. Nicht ins Licht. 5. Es geht nicht, Jungs. Nicht ins Licht. 3, 2, 1. Tschüss. Oh, Mann. Ja, dann guck er ins. Du wurdest wegen Nutzner als unendlich wahres Rausgeschmissen. Ach, dann. Ja, was nimmst du denn da? Alter, was hat der denn für einen Föller? Der wird sogar der Graus geschmissen worden. Rechts fahren. Ich bin rechts von dir. Oh, scheiße. Oh, nee. Gold. Ich saß da wieder rechts. Oh, nein. Alter, was ist das denn hier? Du musst einfach nur innen fahren. Hinten ist das neue Außen. Wann sollte man denn sonst in der Kurve außen fahren? Wo ist denn hier die Strecke? Überall sind Autos. Oh, Gott. Überall fliegen Autos. Ey, was ist denn hier los? Da ist Peter. Peter hier. Delta ist am Start. Hi, Delta. Was geht ab? Guck mal, Delta ist jetzt voll traurig. Der kann nicht mal Brammen jetzt gehen. Die Rechtskurve, die nächstes kannst du fliegen lassen. Als ob. Oh. Die B-Kar ist voll stark. Äh, 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 äh. Lord Bashmore ist am Start. Ach, Peter, ey. Komm her. Leck dein Zückerli. Oh, zwei Leute überholt. Fünfter Platz. Watt Manöver. Danke, Delta. Bis moin. B-Cluster ist voll cool. Da kann ich den Wagen auch. B-Cluster ist echt voll gut. Ich kriege den Wagen auch unter Kontrolle. Nicht so wie bei meinem Monster, was ich immer fahre. Ja. Weil der mal umkippt, wenn ich das anhauche. Und irgendwie gefühlt bist du schneller als. Du hast mit deinem, Peter, du nimmst ja immer ein Auto, was eine Kurvengeschwindigkeit von 1 hat. Ja, kippt trotzdem immer um. Olli Kahn. Haha, ich muss den mal auflaufen lassen. Alter, was ist denn falsch für euch, Leute? Kommst du denn wieder drauf, Bram? Gar noch nicht. Tschüss. Welchen Platz seid ihr? Fünf. Äh, sechs. Halt's ab. Ja, Sepp. Wie ihr so gut seid. Team Pitzmied leistet ihr, oh Mann. Oh, jetzt. Was hat er denn gemacht? Alter, wie viele Leute hier einfach so rumspringen. Tschüss. Da ist Bistian. Du bist wirklich kaputt, Christian? Nee, der hat mich über die Wande geschubst. Oh Gott. Also ich bin jetzt lange nicht mehr Sechster, ich bin jetzt Zwölfter. Ach je, die, ey, wie nutzlos kann man sein, ey. Kein Wunder, die ausgestorben sind. Der war echt schlecht. Er lebt jetzt von euch nicht. Da ist Künst 13. Scheiße. Das ist doch an mir, ne? Belastifiert er sogar. Ja, Mann. Ich weiß nicht, oder? Äh, Rammer. Oh. So, hier, die erste Kurve ist mega nice, wenn du nicht ausgebremst wirst. Weil die kannst du bis hinten durchsliden. Aber hier habe ich verkackt jetzt. Nice. Ja. Was ist das? Oh Gott. Wie kann man bei 35 kmh Klitschenreifen haben? Was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Gummi? Kondom-Gummi. Jawohl, Peter. Schön. Nur ganz leicht berührt. Jawohl, schön. Einmal so weit innen wie möglich fahren, habe ich immer gelernt. Apex, Schmähpex. Das sagen Rennfahrer immer. Oh nein. War das Zapp? Zapp ist es so schlecht, dass er rückwärts haben muss. Ja, dann hast du länger was vom Spiel. Aua, aber irgendwie tun die ganz schön weh. Und Christian ist mit am Start hier. Als ob der jetzt auch rückwärts fährt. Nein, ich fahre nicht rückwärts. Oh, 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 nee. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Was ist hier vorne los? Delta. Boah, Delta ist so ein Schmutz, Mensch. Ich habe Delta in meinen Aufräumen. Ach, kacke. Der fette, dumme Junge hat voll das coole Auto. Ja, der hat voll das Rennauto. Das ist ja mega leid. Wie sieht man sowas denn? Peter ist ein gelber Auto. Ja, wobei davon gab es eine ganze Menge. Am Anfang war die Masse gelb. Aber der fette, dumme Junge hat gewonnen. Wollte den eigentlich vorm Ziel noch ein bisschen drücken. Also, aber nicht, wo die zwei ist. Ist auch schon durch wahrscheinlich, ne? Ja. Na ja, immerhin Treppchen. Immerhin einer, der die Stamme hochhält. Hier ist einer, der hat kein Leben mehr. Fährt aber trotzdem noch weiter. Cheater. Da hat der noch ein Leben. Der ist gerade voll nicht reingedämmt. Der ist ja kacke. Der alte Wemser. Alter, da hat jemand gedappt für die festeste Lampen. Jetzt ist er kaputt. In der letzten Kurve vorm Ziel. Schade. Verlats. So, ich bin erster. Ihr fickt fest. Holy shit. Christian. Nein, du Peller. Was denn? Ich bin hier ganz alleine. What? Gibt es noch ein Krass? Oh, 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 nee. Nicht gut. Nein. Du weißt ja Hussarenkrist. Oh mein Gott. Nein. Ihr kleinen Fickfressen, ey. Alter. Der war mit Erster. Da kam der Bus. Kommt der schon? Oh Gott, da vorne ist der. Oh, der ist schon. Steckt da. Alter, wer wird denn da? Peller. Du fliegst. Oh, Delta ist am Start. Tschau. Oh, aua, aua. Nein. Piss. Ich habe euch gerade überholt, Bram. Oh Gott. Bram, dann schaffst du. Oh, Bus. Oh, Bus. Oh. Okay, ich bin. Nein, du Arschwöre. Okay, okay. Oh Gott, da ist noch ein Bus. Da gibt es zwei. Ein blauer und ein Blümchenbus. Ja, ich wollte gerade an dem einen vorbeifahren und dann kam der zweite. Ach komm, fick dich doch. Und mich hat auch der zweite mitgenommen. Ich bin jetzt 20, sag. Ja, Bram. Ne, Bram. Bisschen fahren, ne? Bisschen besser fahren. Ja, Bram, ich bin 20. Ja, ich konnte wieder nach vorne gefahren. Oh, noch mal Bus. Easy game. Wie viele Runden gewinnt? Elf. Ja. Guck mal, das ist heute den ersten hier. Ich glaube, ich werde keine Runde mehr überleben. Warum nicht? Weil ich noch elf Leben habe. Bus. Auto. Alles. Au. Au. Schädig, das ist nicht so gut, ne? Jedi. Ach komm, jeder dreht mich hier aber auf. Oh mein Gott, da war die Perception, ey. Hältst ganz schön viel aus mit elf Leben. Da liegt ein Bus. Ja, ich habe noch vier. Da liegt ein Bus. Da fährt ein Bus. Da ist Christian. Jawohl. Wölfter. Läuft. Ich weiß nicht, ob du dich so krass vorkämpfst, ey. Bus. Bans. Den haben wir weggecrashed hier. Delta. Oh, den meinst du wieder. Erik, du Arscher. Alter, ohne Spaß. Wenn du nochmal machst, wäre ich dich entmodden. Olli. Ich bin fast kaputt. Oh Gott, David Jones. Oder wie der Typ, der hieß. Alter, was ist denn hier für eine Traube, ey. Was geht denn mit euch allen? Da kommt jetzt ein Bus. Da kommt jetzt ein Bus. Da kommt einstelle ich wieder. Oh Gott. Alter, der Bus hat mich aber sowas von frontal in meinen Mund. Alter, Delta, du kleiner. Haha, warum ist gerade an dir vorbeigefahren? Dipp da. Das kann nicht sein. Du bist voll schnell mit der kleinen Karre. Alter. Oh, der muss ausreisen. Föse, Föse. Ich mache sie. Letzte Runde. Ja, wo wir uns. Bus. Letzte Runde. Ich habe verloren. Oh. Oh. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ich hatte mir das schon gedacht. Ich dachte mir, guck mal, besser Delta zu. Weil der ist nicht verworfen. Dann haben wir uns auseinandergenommen. Oh, Delta. Dann war mal schlä... Oh, nee, 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 nee. Ja, easy. 180. Oh, Mist, einfach aus TS rausgegangen. Ernsthaft? Da ist er ja wieder. Delta, du kleine Nudel. Passt, Alter. Hat Spaß? Hat sie gehabt? Ja, das glaube ich. Kann da einer von uns? Ja, Chris. Ja, Chris fährt immer noch, Bram. Nee, muss ich sagen, Chris fährt noch. Also, ich meine, Chris fährt noch, das ist richtig. Oh, Auto. Motherfucker. Bremst er einfach. Oh, ich könnte auch einfach... Volli Kahn! Was, ein Arschloch, wie er sich selbst geopfert hat, weißt du? Ja, kann man so sagen. Elektro war einfach gerade ausgefahren. Hey, Leute, ich bin nur noch am Start. Neunter bin ich aktuell. Nein! Hast du, das hat ausgeschaltet? Da, Delta, fuck you! We're very up to one. Olli, dich krieg! Aber da, ich guck Chris ja auch dazu. Schön, jetzt, Arschloch, in die Linkskurve. Die Linkskurve, ach so, auf der Stelle. Na, jetzt werde ich gerade. Nee, das ist nur ein NPC, das ist nur ein... Jetzt, wieder in die Linkskurve. Schön. Ah, easy. Richtig schön. Ja, da ist der Ziel. Da ist der Ziel. Neunter. Neunter ist okay. Hast du gut gemacht. Deutlich besser als Bram, ja? Jo, als wenn ich es noch eindemoliert habe. Ja, er hat wartet oder so, einfach weggehauen. Das war eine erquickende Runde, muss ich sagen, Bram, wie es sich führt. Ja, das war super. Danke für die Zuschauer. Haut rein. Tschüss. Tschüss.